Hi Leute, ich wollte einfach mal schnell bei euch Hallo sagen. Hallo. Es ist schon ein Weilchen her auf Deutsch, dass ich ein Video schnell aufgenommen habe. Ich bin momentan in Utah in Cheddar City und da war so ein Live Heritage Festival. Da war so eine Parade heute und ich habe einfach gedacht, ich nehme mal mein Fotoabrat mit, respektive die letzten zwei Tage. Freitag hat es begonnen und heute und morgen ist eigentlich so der Schluss mit einer, wie sagt man denn, Church um 10 Uhr in dieser Halle, wo eigentlich das Festival war die letzten zwei Tage, haben sie alles aufgeräumt und da ist morgen so eine Church, Cowboy Church Ceremony. Da werde ich hingehen. Ich war glaube das letzte Mal von fünf, sechs Jahren mal in der Kirche, was auch immer. Ich bin richtig motiviert, im Moment so ein bisschen voranzugehen, wieder ein bisschen Fotos zu machen, auch mit meiner Mutter diese Woche habe ich sehr viele Fotos gemacht und immer ein bisschen gefilmt, aber da habe ich jetzt nichts zusammengestellt. Aber heute bin ich nach Hause gekommen und habe gedacht, komm lass das mal angehen und ich habe ein kleines Video gemacht. Ich glaube das ist das erste Video, so ein bisschen normales Video zusammengestellt. Seit, keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so vielleicht? Ne, so lange ist es nicht her. Ein Jahr wahrscheinlich, plus minus ein Jahr. Ja, ich bin wirklich motiviert auf nächstes Jahr geht es wirklich los, da will ich wirklich sehr viele neue Videos machen und so Vlogs und anderes Zeugs halt auch wieder und ich bin so langsam komme ich in den Flow rein, also ich bin wirklich motiviert wieder. Ja, ich lasse euch überraschen, ich lade es heute noch hoch. Es braucht noch circa zwei Stunden. Ich gehe jetzt schnell in den Gym, ein bisschen trainieren und dann geht es los. Das ist jetzt für euch das Video für meine deutschen Freunde. Ich versuche es noch auf Englisch zu machen. Okay, tschau zerme. Okay.